Es ist Montag, 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Ein Mann, geboren ohne Arme und ohne Beine, beschließt, ein Buch über sein Leben zu schreiben. Nachdem er damit fertig ist, geht er zu einem Verlag, und nachdem der Lektor es gelesen hat, meint dieser, sorry, aber ihre Geschichte hat weder Hand noch Fuß. Der Montagswitz